Peace Leute, ich bin Marvin und heute gibt es die Boxautomaten Challenge mit einer fetten Bestrafung und die Bestrafung ist folgendes und zwar eine fette Butter in den Mund, also eine Butter essen, richtig reinbeißen, soweit man kann die Butter essen und runterschlucken, wird ekelhaft auf jeden Fall und ich würde sagen wir sehen uns gleich bei dem Boxautomaten Stand, auf jeden Fall tupfen wir uns hier noch ein bisschen Koffein rein und dahin geht es gleich richtig rund und tue es gleich Leute, so Leute wir sind jetzt hier angekommen, hier ist der Automat, Weißkurs 142 842 842 Ich glaube ich schlage easy oder? Auf jeden Fall, ich habe es noch nie gemacht Ich habe es auch noch nie gemacht, man sieht das immer auf der Endkürze, ich habe es noch nie gezockt, ich auch nicht Wir waren mal mit ein paar Jungs vor so einem Automaten und haben geschlagen, ich habe nie geschlagen, weil ich hatte immer Angst, dass ich da Nählen schlage oder so voll wenig schlage, deswegen habe ich das noch nie gemacht Jetzt wer unter uns, mal schauen wer mehr Power hat Genau, wir machen das so, jeder macht drei Schläge, ne? Genau, immer abwechselnd Genau Dann addieren wir alles zusammen, also ein Schlag, dann schreiben wir uns das auf, die Punkte, der nächste Schlag addieren wir und dann nochmal der Schlag, dann addieren wir alles zusammen Und wer der am meisten Punkte hat, gewinnt natürlich, weil jeder kriegt eine fette Strafe, und zwar ein guter Essen, so wie lecker Ja, würde ich mal sagen, let's go! Okay, wir machen den Schnick-Schnack-Schnuck, der fängt an, der Gewinner Schnick-Schnack-Schnuck, schnick-Schnack-Schnuck Yeah Ich fang an, ich gewinne auf den Laden Eigentlich ist das so ein Nachtisch, ich habe das noch nie gemacht, ich hätte jetzt einen Tipp holen können, aber scheiße Ey, Digga, das schlägt mich auf was, hast du noch gesehen, Digga Okay, einmal jetzt hauen Sie Ja Scheiße, das war nie gemacht, okay Ich stell mir jetzt vor, so ein Hater, der mir voll auf den Sack geht Oh, okay Okay 631 Okay, Leute, jetzt höre ich schon dran Das schaue ich so easy, oder was das? Du hast doch gemacht, wir hätten ja sehen 631, muss das schlagen Oh Was? Das kommt von, das reicht dann Boah, der verkackt man Aber ich habe es außen getroffen, Alter. Schneid es raus, schneid es raus. Nee, Digga, es ist schlecht. Am besten schneid es selber auf. Also, war ein erster Versuch. 405. Hat sich schon voll verfehlt, ne? Das ist ja richtig verkackt, ja. War ein erster Ding. Vorführeffekt, gewiss. 6x31. Zweiter Versuch. Schade. Nicht getoppt, drei weniger. 6x29. Ich muss voll aufrufen. 6x29. Egal, 8x42 geht eigentlich. Aber das Ding ist, Leute, ich habe heute trainiert. Werde ich jetzt? Wir auch. Und ich war beim Schul-Sport. Also, ein bisschen ausgewandert. Das ist auch armer Ausreden, der wird unteressen, Mann. Das war mein erster Schlag. Ey, Mann. Das war mein erster Schlag. So läuft das hier. Am Ende zählen die Punkte. Aber scheiße, jetzt habe ich verkackt wegen dem ersten Schlag, Alter. Ich glaube, die Fummi kriegt es nicht mehr rausgeholt. Oh, fuck. Weil ich hau jetzt auch rein. Ja, gleich 999. Letzter jetzt. Schlag Nummer drei. Das ist der größte Hater, Schatz. Los. Ja, man ist ein richtiger Pisser. Das ist der größte Hater. Ja, Mann. Das ist der größte Hater. Ja, Alter. Butter, Essen. Ja, komm, wir erst. Armin wissen wir. Ey, wir machen vier Runden, ne? Nein. Komm, Armin, vielleicht fassst du noch die 900 oder so. Ja, selbst wenn. Ich muss ja über 300, das geht ja gar nicht. Scheiße, egal, ein Ehrenschlag. Vielleicht habe ich ja Rekord. Den Rekord halte ich schon mal. Nicht schlecht, aber ich habe gewonnen, Leute. Maren, Moos, Butter, Essen. Komm, macht noch mal eine Runde. Ey, das ist nicht verarscht. Leute, soll ich jetzt noch mal eine Runde machen, oder was? Der arme Junge, ja. Weißt du was? Eine Ehrenrunde, weil ich so nett bin. Weißt du, wie gesagt, eine vierte Runde. Jetzt gewinnt der so. Weil Mama am Anfang verkackt hat. Jetzt bin ich so benedet. Und die vierte Runde. Ach so, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Rekord ist bei diesem Boxautomaten hier. Da bin ich mal gespannt, was ihr so erreicht habt. Ah, da hat sich das Schreien nicht gelohnt. Wanderst du, wanderst du. So, gönnen wir. Ein bisschen aufwärmen. Was machst du hier für eine Show? Heute wichtig aufwärmen. Sonst verzerrt euch nicht. Okay, okay. Aber jetzt habe ich Kraft verschwendet. Mann, der war scheiße. Obwohl. Ich habe gewonnen, der Vegan. So, Mama rechnet schon mal die Punkte zusammen. Und wir sehen uns gleich. So, Leute. Ich habe ganze 2632. Wow, wow, wow. Nicht schlecht. Und du 2460. Also ich verarscht hab gewonnen. Hä? Verarscht mit euch? Hast du mich verarscht? Genau umgekehrt leider. War aber klar. Kannst du diese scheiß Butter nicht essen? Du musst ja leider etwas viel, viel Fett essen. Du machst eine Massephase ganz gut geworfen. Hast du für 10 Tage deine Fette abgerettet. Kannst die Butter auch salzen? Ne, so liegt mir nicht noch. Kannst die salzen. Ist doch nett, oder? Genau. Die salzende Butter geht sehr zur Strafe. Bis gleich, Leute. Hier ist die Butter. Bitte greifen sie zu. Und zwar jetzt. Wann sind sie jetzt dein Ernst? Du nimmst diese Butter und frisst die jetzt. Geht doch. Auspacken. Ey, du lass dich warten. Du packst die jetzt aus und frisst das. Wirst noch nichts zu diskutieren. Ein riesen, riesen Biss. So viel wie in deinen Mund reinpasst. Und lass mal schön durchkauen. Und im besten Fall runterschlucken. So, dann weißt du jetzt mal schön rein. Guck mal, die ist kalt, ne? Boah, weiß das schon rein jetzt. Komm. Hast du den behindert? Das könnt ihr da jetzt nicht essen einfach jetzt. Doch. Boah, nein, Alter. Hör auf. Schön reinbeißen, ne? Jetzt nicht mal weiß. Egal. Schön rein damit jetzt. Durch. Komm. Boah. Zeig mal deinen Biss. Wunderbar, schluckt das jetzt. Schlucken. Schlucken, schlucken, schlucken. Schlucken oder schmucken. Schlucken, schlucken. Schlucken, schlucken. Schlucken, schlucken. Hallo, soll ich essen, Alter? Bist du behindert? Bist du auch? Ne, ein Bissen machst du jetzt schon. Alter. Komm, ein Bissen. Alter, das ist das Ekelhaftste, was ich je gemacht habe. Echt? Boah. Komm, nimm jetzt noch einen. Richtig fetten. Ich will richtig sehen, wie du das abbeißt, Mann. Komm, einmal noch Fett abbeiß. Komm. Komm, beiß mal unter das Ding. Komm. Aha. Boah. Zimmer. Hm, schlecht. Na komm. Schmerz. Boah. Boah. Boah, Alter. Boah. Geht gar nicht. Boah. 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 Genau, erstmal schön mit Spide runterspülen, ne? So, ich würde mal sagen, Straff ist gelungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dicken Daumen nach oben, wie immer. Für mehr crazy Sachen auf diesem Kanal. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Boah.